was geht ab youtube und einen wunderschönen guten tag an alle zuschauer und abonnenten wir spielen heute in london 2012 olympia hier zusammen mit dem mac malus dem powy und den josh ja ich habe mal 400 gemacht hier für 100 der herrn der herrn das ist praktisch mit der top three position today ja doch ja schön wie wir das jetzt richtig ist ein fahrradfahrer Was? Was macht denn der? Was macht denn der? Och ne, ey, echt, da bin ich jetzt, ey. Der hat nicht mehr, der wollte nicht mehr, der Idiot. Der hat, der hat, der wollte, der kann nicht mehr. Ich hab's ja eine Wiederholung. Das wär geil. Ich sag, wie soll der denn hier stehen, alter? Der Idiot wollte nicht mehr. Ich konnte nur noch mit L nach vorne, dann konnte ich den da über die Ziellinie bocken. Der krampft auch schon da, dein Typ. Der Idiot soll immer Magnesium nehmen, was ist denn mit dem? Guck mal, wie knapp, alter, zweihundertstel. Leck du auf den Arsch, ey. Och Mann! Das kann doch nicht sein! So kann man sich doch keine Medaille abnehmen lassen. Nur mal den Spanien, oder was? Tino, ich brauche keine Almosen, du brauchst mich nicht gewinnen lassen. Das Leute, das Leute, das Leute... Ja, doch, den ersten Verschenkisch. Ja, komm, scheiß drauf, den ersten Verschenkisch hab ich mir gewonnen. Ja. Oh Mann, ey, so gut gerannt, der Honk. Und dann bleibt der stehen. Auf der Linie? Du ganze Zeit, ich so gut, da kommst du nicht mehr ran. Auf der Linie bleibt der stehen. Sind bei euch diese Punkte an, ihr seid auch weniger gewonnen? Ja, wenn du ins Blau... Ja. Ne, äh, insgesamt, wie die sich auffüllen. Hä? Also ich hatte am Anfang fünf blaue Punkte. Ja. Und dann am Ende nur noch zwei. Ich hatte am Ende nur noch drei. Ah, das ist das, wenn du sprintest, verlierst du dies. Oh, großer Winkel, ich Idiot, ich muss das ja schon machen. Kacke. Naja, zumindest ein Wurf gesetzt. Oh, ja. Okay, gut. Erstmal wieder eins zum Reinkommen. Diesen Buswerfen hatten wir schon zwei, drei Tage nicht. Großer Winkel. Sorry, wir haben jetzt gerade ein bisschen länger gedauert. Du, das macht nichts. Ja, war ein bisschen niedrig, würde ich sagen. Großer Winkelkack. Was ist denn hier? Ist hier auch 35? Oh, nee. Ja, ich glaube. Das ist so. Himmlich. Ich finde es immer so schwer bei diesem Disziplin, weil du genau da mit dem scheiß Controller loswerden musst. Die Sperre wäre ein bisschen einfacher. 100 Meter easy, ne? Der war scheiße. Ja, Mann, hat er nichts. Oh, 13, Gott. 9 Meter hat er es nicht. Hau lieber die Netz, Junge. Hau lieber die Netz, Junge. Das. Das. Oh, guten Winkel getroffen. Das sind 45. Wollte ich gerade sagen, 35 sind gar nicht so pralle. 45 sind das, oder? Oh, 23. Was ist das denn? Ups. Kleiner Winkel. Scheiße. Wenn hier nicht raus aus dem Ding ist. Oh. Letzter Wurf. Okay. Ja, das schön ist bei dir, die Ziffff. Hier ist ja nochmal so alles. Hier kann ja jeder nochmal im letzten einen. Nicht so wie beim Schießen da ist, wenn du da hinten dran bist, bist du halt hinten dran. Ja. Scheiße. Das Stück hell. Ah. Perfekter Winkel. Ah. Glück gehabt. Ne. War schlecht. Es war richtig schlecht von mir. Da ist er. Da muss ich üben. Super. Cool. Gold Medal for the table. Mist. Wen mal Gold, ey. Das gibt's nicht. Ja, schau, 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 schau. So, schauen wir mal. Ah, nein. Schwimm wieder. Oh, ne. Ich bin ja mal wieder für Turmspringen oder so. Hier 100 Meter, wie oft müssen wir denn da jetzt hin und her? Ne, 100 Meter. 100 Meter Schmetterlinge, Junge. Ich weiß selber nicht, wie das funktioniert. Ja, da muss er mit dem höchsten Spiegel hoch. Ich bin mir nicht sicher. Boah, hab ich ein Kreuz, Junge. Das ist nicht so gut. Ah, fuck! Alter, ich hing hier wie so ein Beklopter. Gibt's da? Naja, ich hab zumindest gerichtst. Boah, schon wieder Silber. Hat voll die vollen Leck. Na ja. Eine Silberne bis jetzt, das gibt's ja nicht. Eine Silberne bis jetzt. Bronze Silber und Gold, hab ich nie gewollt. Oh, Bogenschießen. Na gut. Wieso, da bist du doch gut, da bist du gut, da bist du gut. Komm, 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 komm. Weht der Wind eigentlich bei allen gleich, so wegen der Gerechtigkeit? Ich hab zwei von rechts. Alter, ich hab den Ding jetzt vergessen. Wie geht die Steuerung nochmal? Bogen mit rechts anheben, mit links ausrichten. Oh. Boah, jetzt hab ich voll daneben gesetzt, weil ich keine Zeit mehr hatte. Ich musste mir die Steuerung erstmal angucken. Hab schon wieder vergessen, Idiot. Ey, was ist denn jetzt hier los? Kannst du jetzt mal vernünftig schießen oder was? Ey. Ach. Mist. Oh, Physi. Ja. Nun. Der scheiß Wind, ey. Vor allen Dingen, wenn der da kurz vorher noch dreht. Ja, das ist ja jetzt zweimal passiert. Einmal hab ich wirklich scheiß daneben geschossen, zweimal hat er sich gedreht. Ja, klar. Ja, ja. Ja, so wollen wir das sehen. Boah, leck. Du musst schon neben die Scheibe zielen hier bei sieben Meter von links. Hau ab. Ich bin nicht. Boah, acht Meter. Ja, aber acht. Boah. Scheiße. Jetzt haben wir aber auch Sturmwöden geladen. Das hätte ich aber nicht gedacht jetzt. Boah? Ja? Wie viele Punkte? Ach, nicht viel. Boah, ich hab's ja hier nur Sturmwöden gerade. Ja, ja, der hatte ich aber auch. Sieben, acht Meter. Ja, ja, der hatte ich aber aus allen möglichen Richtungen. Das ist wirklich ein wichtiges Arro, das ist der erste unserer Nummer drei. Eight. Tight. Tight mit veränderungen ist. Ja, das ist ja nicht funktioniert. Wir können acht für das. Arro Nummer drei. Oh, ja. Sech. Sech. Ach, dass du da kannst du einschalten. Vielleicht ist das keiner besser... ja das war acht meter von der seite dann hat es sich genau gedreht aber trotzdem fünf punkte da muss jetzt ein richtig versammeln dass sie da noch dran kommen glaubt die windstärken sind gleich in die richtung ist immer ein bisschen anders bei ein was gewonnen hat seine ergebnisse sind noch gar nicht da ich dachte ja das fehlt noch es wird ja schon fast langweilig das ist ja voll um für normalerweise müssen wir uns alle drei den zweiten teil ist in deinem würstchen vielleicht was drin was hier nicht rein darf aber gut meine lieben freunde wenn es euch gefallen hat das like nicht vergessen schaut auf jeden fall bei den anderen vorbei und wir sagen tschüss und bis zum nächsten mal haut rein